Hey Freunde was geht, euer Wiesel am Start Ich wollte euch nur sagen, ich bin fertig mit der Therapie Ich habe es ja vorgleich abgeschlossen Super mega brav an jedem Therapien teilgenommen Die ich euch eh schon mal ein bisschen erklärt habe, was man wie wo macht Und ja, jetzt kommen wieder regelmäßig Videos Montag, Freitag, Mittwoch, wenn ich genug Kommentare habe Geht ganz normal weiter und ja Mir geht es eigentlich ganz gut Ich gehe auf jeden Fall gestärkt aus dieser Therapie Und es ist auf jeden Fall besser Aber ich muss einfach... Ich brauche mehr sozialen Kontakt, das ist ein Problem von mir Ich habe zu wenig sozialen Kontakt Und das ist halt Kacke Aber sonst geht es mir super, es geht normal weiter Bald wird es auch wahrscheinlich wieder Naturvideos geben, wo ich draußen irgendwas labere oder so Alles cool, alles cool Das war mein Computer Ja, mein iMac ist wieder da Aber das wird es eben geschnallt haben Ja, ich habe eigentlich jetzt nicht zu viel zu sagen Weil ich bin auch ein Problem motiviert Aber ja, außer dass ich mehr Social Media mache Ich versuche kleinere YouTuber anzuschreiben, die ich vielleicht mit denen nochmal Projekte mache Ich weiß, es ist gerade in Corona sowieso etwas schwerer Aber das geht schon Also haut rein, liebe Leute Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und Sonntag Auch wenn der Samstag bald vorbei ist Ja, und wir sehen uns am Montag Sorry, dass heute kein längeres Video wird Aber ich habe noch was zu erledigen Also Zimmer aufräumen und so Und Sachen Ich habe viel vor Und ja Ich hoffe euch geht es gut Bei mir passt schon mal alles Also nicht alles, aber ja Also bis Montag auf jeden Fall Da kommt dann wieder ein längeres Video Haut rein Leute Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out